Ahhhh, verdammt, 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 okay, dann schwimmen wir einfach mal in die Richtung hier. Ich hab ja eh keine andere Wahl. Yay! So, da hätten wir es geschafft. Die Frage ist jetzt aber tatsächlich, wie komme ich da mitten in den Zumpf? Ich glaube, das hat was mit diesen ellenlangen Stelzen da zu tun. Meine Vermutung. Ähm, dann lass uns einfach mal weitermachen. Okay, mit mir musst du heute was durchmachen. Also Duschen brauchst du heute Abend definitiv nicht. Das ist schon mal klar. Äh, jä, 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 jä. Äh, jä, 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 jä. Merde, Neo, ach du Scheiße. Was ist denn das da drüben? Die warten ja schon auf mich. Die haben ja schon wie ein Messer gezückt. Ähm, Schildkröten und Krokodile. Puh, ganz ehrlich? Wo ist denn eigentlich mein Schwert abgeblieben? Ah, jetzt hier. Gut, dann, wollen wir mal. Oh, da hab ich ihn leider Gottes verfehlt. Weg, weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, okay. Okay. Äh, ach, der ist benommen. Und jetzt, ich denke mir noch, krass, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und, zieh ihm die Rüstung in dich, auch verdammte Axt. Der meint's ernst. Ach, du Scheiße. Und weg, 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 weg. Und weg. Ach, hey, da hast du ja gar keine Chance wegzukommen. Und, hallo? Und, zack. Und, ah, verdammt, er hat mich erwischt. Und, go. Tö, ihr könnt los durch. Ich bin mal sehr gespannt, inwieweit das ich, das da hinkriegen werde. Oh, oh, oh. Und, zack. Oh, je, oh, je. Und, bi. Oh, der hat, äh, ja, der war außerhalb des Rings. Punktabzug für Damisch. Bi. Ja, kann ich die, leider Gottes, nicht rausbefördern. Das ist schade, wenn ich sie selbst rausbeförderung könnte. Komm schon, 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 das schaffst du. Jaaaaaaah. Und, ja. Au, 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 au. Es tut doch weh, auf mich zu stechen. Wow. Yes. Perfekte Mente. Ja, schnell weg, schnell weg. Yes. Dass der hier endlich mal seine Rüstung verliert, WTF. Au, 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 au. Jawohl, perfekt. Jetzt mal einer weniger. Au, 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 au. ok jetzt bin ich drin oh genau, es ist ein Herz, es ist ein Herz und hol ihn dir, hol ihn dir ich mach mich fertig jetzt rum steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf wow der ist echt hart im Nehmen, verdammt hart im Nehmen aua weg, 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 weg moment, dankeschön, uah, Hilfe yes und auch den haben wir komm ich brauche ein Herz, ich brauche ein Herz, ich brauche ein Herz und zwar dringend wap 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 und yes so, einer lebt noch den kriege ich aber auch noch und na, Mist what the messi scheiß die wandern oh moment, 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 moment wo war's denn jetzt hier, ha hier drüben, oder? ah ich muss die alle auf die gleiche ah, hier oben wow, was ist denn das denn? ist ja geil hallo, Fröschli oh ich habe was gehört wenn du durch das Reißlager raus gehst und über La Seilbrücke gehst kommst du zum heiligen Schreiten mon dieu, den normalen Weg haben die Gorillas zerstört oh mon dieu, wie konnten sie sowas nur betönen jawohl endlich wieder oh du musst dir anwenden das mit einem kleinen Blitz für zwei Sekunden blende deine Gegenwart sodass sie sich nicht richtig verteidigen können ja, das ist doch mal ein Versprechen würde ich sagen äh das hier drüben sollten wir waaaaaah na toll tue, der war witzig ne eigentlich nicht äh so, wir machen mal alle blau, oder? ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist wir werden es sehen so, wir speichern hier und können hier nach oben klettern dacht ihr doch, das gibt bestimmt auch noch einen anderen Weg einen muss es ja geben auf diese Pfahlbauten rauf äh, ich muss mich entschuldigen, wie gesagt, schon eingangs in der Aufnahme Session ich werde diese Woche nur 10 Minuten waaaaaah über 10 Minuten Folgen machen ähm eigentlich so ziemlich von allen Let's Plays denn ich bin recht ja gravierig gesundheitlich angeschlagen und ähm es braucht immer die Frage, wie ich da durchhalte so, und bei einer 1,10er Session also eine Minute 10 ähm sind es dann halt eben nur 10 Minuten Folgen pro Tag ähm tut dann allerdings halt eben auch mir gut und natürlich auch euch äh wenn ich euch da nicht so zu huste etc. pp. so, äh hier sind wir ich glaube hier war es wo wir abgestürzt sind, ne? oder? auf jeden Fall nehmen wir mal die ganzen Tränke hier mit die werden uns sehr sehr gut tun gar keine Frage warte ah ja genau das hier war der Rundumschlag gerade eben unten im Kampf hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert jetzt das ist es so, ähm wir müssen irgendwie da hinten hin, ne? das heißt wir springen mal hier rüber äh äh okay kann ich hier hoch? ne, ne? gut, dann muss ich leider gott jetzt doch wieder hier rüber muss ich hier außen rum hat man geschickt versperrt irgendwie so einen komischen Flur den man dann gebaut hat überdacht natürlich naja gut, wenn es regelt, ne? äh was ist man da hinten? okay, alles klar da hinten ist ein safe spot ist doch nicht wahr ist ein safe spot zum Glück sind wir nicht versücken glätten wir einfach wieder nach oben so, wenn euch gefällt was ich tue dann könnt ihr mir das natürlich gerne sagen gerne per like oder per abo ähm dann verpasst ihr auch nichts mehr denn nächste Zeit kommen echt einige uah hallo hallo nach oben kommen echt einige neue Sachen inklusive Magix äh Software Guides wir im Prinzip am besten ach da hinten äh wie am besten schneidet und äh was es da alles für Tipps und Tricks und Kniffe gibt äh das ist doch hier hinten ja gut, aber ganz hm wieso ne das funktioniert so nicht hallo äh einfach aber nicht auch hier ist das ist doch das ist ja